und damit willkommen zu einem weiteren kleinen info video und falls ihr es schon am namen erkannt hat es geht um ja wie soll ich sagen um unseren zweiten channel den wir jetzt eröffnen werden und noch zusätzlich über unsere weihnachtsgeschenke und zwar einmal bei mir und beim jonas unsere neuen mikros sind nun am start da sind wir sehr froh drum und vielleicht werden wir euch noch ein paar weitere oder werde ich euch ein paar weitere kleine infos erzählen und dann würde ich gleich mal anfangen und zwar mit dem zweiten channel der würde der oder der wird jetzt haben wir erstellt gestern jabak tv heißen der link natürlich unten in der beschreibung und falls ihr euch fragt ja was würdest da für videos kommen im gegensatz hier zu jabak lp ja ganz kurz gefasst natürlich wie soll ich sagen auf jabak lp wie der name schon sagt natürlich die let's plays und sozusagen auf jabak tv irgendwie so ein kleines gegenstück und zwar so ein paar real life videos von uns aber ich kann euch jetzt schon sagen dass da ab und zu videos kommen also wirklich nicht regelmäßig denn dazu fehlt uns wirklich mal die zeit irgendwie zusammen zu hocken oder irgendwie was zusammen hier facecam oder so aber da wird jetzt am anfang auf jeden fall von mir und vom jonas ein kleines video kommen und zwar über unsere neue mikros haben wir uns schon was überlegt und ja ein paar weitere videos zum beispiel wie wir aufnehmen wie hier unsere zockerbote sozusagen aussieht und dann werde ich euch natürlich noch ein video zeigen wie zum beispiel ich aufnehmen oder besser gesagt werde ich es euch zeigen oder ich werde es aufnehmen wie ich aufnehmen und werde es euch dann zeigen und ja das war dann eigentlich auch das vielleicht werden die anderen auch sein kleines video machen wie es bei ihnen so aussieht aber alles weitere werdet ihr noch erfahren und zwar auf jabak tv also gleich mal unten in die beschreibung gucken und gleich mal loslegen hier dann kommen wir auch schon zum zweiten punkt das wären hier unsere neuen mikros und zwar habe ich zu weihnachten das tbone sc 450 usb bekommen und ich finde es echt wirklich ziemlich geil wie ihr vielleicht auch hört also hintergrundgeräusche sind eigentlich so gut wie nicht mehr da und auch irgendwie andere geräusche von ins mikro pusten oder aber keine ahnung was sind es ziemlich gut eigentlich entfernt und weitere infos zum beispiel von jonas mikro die werden jetzt demnächst folgen auf jabak tv nicht auf lp sondern auf lp wird weiteren natürlich weiter natürlich unsere let's plays folgen macht euch keine sagen dass wir jetzt mit diesem kanal aufhören wir machen bloß einen zweiten jabak tv wie gesagt in der beschreibung ja was gibt es denn noch zu sagen und zwar muss ich kurz überlegen achja punkt 3 war ja so die weiteren machen ja wie soll ich sagen was wir so jetzt alles noch für videos machen so auf jabak lp gilt es natürlich wo jetzt auch dieses video hier veröffentlicht wird und da kann ich euch sagen ähm der uploadplan wie ihr seht ähm wird so einigermaßen eingehalten ich sag wirklich einigermaßen denn einige projekte fehlen natürlich noch und wenn ihr das jetzt hier seht ich nehme es gerade am ersten weihnachtsfeiertag auf das wird natürlich gleich heute noch veröffentlicht wenn ich es geschnitten habe und ähm ja also ein paar infos falls es euch interessiert Hitman habe ich jetzt voll zu ende aufgenommen und ähm ich fand das spiel kann ich jetzt schon mal sagen richtig geil und es gibt natürlich schon ein nachfolger aber weiteres möchte ich euch natürlich noch nicht verraten denn es sollte noch so ein äh ja kleines geheimnis sein was danach folgt es wird aber auch ein ähm Shooter dann bei jonas jetzt in den ferien wird wahrscheinlich auch was folgen denke ich mir zumindest er hat gesagt dass er ähm hier was aufnehmen möchte hier Jan ist natürlich auch grad fleißig am aufnehmen Skyblock und alles weitere und ähm ich würde jetzt hier Skyblock rüber ziehen ja was gibt es noch zu sagen falls ihr unseren Server Trailer schon gesehen habt dann äh würde ich würde mich natürlich sehr freuen wenn ihr am ersten ersten wenn ihr unser Server eröffnet ist mal bei uns vorbeischaut denn wir haben uns wirklich sehr 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 viel Mühe gegeben eine riesen lange Bauzeit haben wir die dafür gebraucht weil wir einfach zu schlecht sind nein Quatsch wir wollten uns einfach Zeit lassen und jetzt ist es soweit am ersten ersten öffnen wir unsere Tore für euch ich kann natürlich auch den äh äh Server Trailer natürlich auch unten in die Videobeschreibung packen dass ihr das vielleicht doch mal angucken könnt haben wir es selber erstellt ähm ja was gibt es denn noch zu sagen fällt mir grad nichts mehr ein würde einfach mal sagen ich glaube das Gameplay ist auch so langsam hier fertig und ich nehme dieses mal nicht zusammen auf sondern getrennt das freut mich jetzt sehr und dann würde ich einfach mal sagen ja vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 tschüss